Hallo, Lars hier von item-toics.de. In dem kurzen Video geht es darum, wie du beim Mac vermeiden kannst, dass die Programme, die beim Verlassen offen waren, beim neuen Start wieder gestartet werden. Bleib dran, gleich geht es weiter. Beim Beenden deines Macs, hier über Apfel, ausschalten, achte einfach darauf, dass der Haken hier beim nächsten Anmelden, alle Fenster wieder öffnen, nicht gesetzt ist. Damit die Apps dann selber auch nicht mehr wissen, was sie zuvor geöffnet haben, klickst du auch wieder auf den Apfel, Systemeinstellungen, dann Allgemein und schaust, dass der Haken hier drin ist, Fenster beim Beenden eines Programmes schließen. Das war's schon. Ich freue mich wie immer über ein Like und ein Abo. Bleib gesund, bis bald, mach's gut. Ciao.